Also heute ist unser letzter Tag in Berlin, dann geht es schon wieder nach Hause. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und dann gehen wir gleich frühstücken im Hotel. Das Wetter ist sehr schön. Wir haben jetzt noch einen Gutschein erhalten für ein letztes Getränk im Hotel und das werden wir jetzt tun. In Berlin sind so schöne Altbauten, ich glaube wir müssen da wirklich hinziehen, wenn du mit deinem Studium fertig bist, oder? Brot? Ja, vielleicht. Bis dann. Bis dann. So, hier ist die Eismanufaktur. 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 Der Eistee ist super lecker, aus Schwarztee mit ein bisschen Zitrone und Lisa hat sich einen Jasmin-Tee bestellt. So, hier ist die Eismanufaktur. 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 Wie war der Flug? Bound only by frozen memories